So, liebe Leute, Willi ist wieder da mit dem letzten Kapitel Kreuzerschutz aus der vierten Folge Tokio von World War Z. Ich spiele das auf der Nintendo Switch und in diesem Kapitel geht es darum, dass wir jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff sind. Wir dachten natürlich, dass die Zombies nicht auf das Kreuzfahrtschiff kommen, aber das war ein Trugschluss, denn natürlich haben die Zombies es geschafft, mit auf das Kreuzfahrtschiff zu kommen und wir müssen die Zombies jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff eliminieren. Also durch das Kreuzfahrtschiff laufen, Zombies erledigen, suchen, überall finden und im großen Finale kommen die, ich glaube, wo das jetzt abgebildet ist. Von da starten wir am Bug des Schiffes und wir müssen uns bis zum Heck des Schiffes durchkämpfen, genau so ist es, und dort eine Verteidigung errichten. So, Solo Bro und Low Resource spielen auch wieder mit aus dem vorherigen Kapitel, das finde ich super, denn das wird auch richtig schwer und vor allem, wenn man die Verteidigung zum Schluss aufbauen will, äh, es ist echt schwer, alleine die ganzen Sachen aufzustellen. Ich bin sehr froh, denn wir haben das andere Kapitel, das zweite Kapitel echt gut zusammen hinbekommen und ich bin zuversichtlich, äh, zuversichtlich, dass wir auch dieses Kapitel schaffen. So, jetzt sind hier eigentlich auch noch, ja, hier ist es, hier liegt eine Virusprobe. Ich bin jetzt aufgenommen, ich werde mir noch ein paar Splittergranaten, natürlich auch Munition, so, und ab in den voll gesifften Fahrstuhl. und jetzt geht's down to the lower decks. Okay. Jetzt kommt der erste schwierige Zombieschwarm. Ich kann mal etwas bessere empfehlen. Ich kann mal etwas besser empfehlen. Im Laderaum hat er, haben die sich verschanzt. So, und das sehen wir hier. Normalerweise habe ich jetzt schon das Ding im Brand gesteckt. Das hätte man für später eigentlich nutzen können. Aber einige hat's ja doch mal erwischt. Maschinengewehr für den Bullen. Ich dachte, ich lade noch schnell genug. immer wiederum. Wir brauchen einen Schlag, der noch eine andere Schreiber wird! Wir müssen zwei Schreiber machen, aber dass es in der Schreiber geht. Myые Schreiber werden muss. Jetzt müssen wir noch einschauen. Auf die Schreiber machen müssen. Dann mach mich! Wir müssen noch eine Schreiber schreiber! Ich nenne alle her. Los, nicht schon wieder. So, das war ziemlich gut gemacht, wie das finde ich. Man muss sich auch mal selber loben hier. Oh. Ich nenne einen Armatwärfer. Weil ich ja schon bewiesen habe, wie toll ich damit umgehen kann. So, er geht rechts, ich gehe links. So, er geht's. So, er geht's. So, er geht's. So, wo der jetzt hinläuft, da ist, ja genau, er hat sich auch noch... Eine Virusprobe geholt. Zwei Stunden später beende ich den Satz. So, hat einer einen Sprengstoff. Wir haben zwei Virusproben. Jetzt. So, unsere finale Aufgabe jetzt zum Schiff zu kommen. So, ich ziehe. So, ich weiß, was ist nur Highland. So, ich weiß, was ich nicht tun kann. So, jetzt verstehen wir sie hier. So, ich sage das Fahrzeug. So, ich spreche es nicht. Ah. Ne, bitte nicht anspucken. Oh. Ich brauche dringend Munition. Ich muss schon mit dem Granatwerfer hier rumballern. Ich. 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 Was? Was? Was hat der denn da oben noch? Was hat der da gefunden? Was interessiert mich? Ah, da war eine Kiste. Hier ist übrigens eigentlich auch nochmal. Wenn man nach ganz hinten läuft. Hier ist nochmal Platz für eine Virusprobe. Deshalb sind die wohl auch nochmal hingelaufen. Aber wir haben ja schon alle. Ja. 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 Verbandskasten auch noch. Hier ist nichts. Das wundert mich jetzt aber. Da ist Hochspannung Der bringt schon rechts was an Dann mache ich hier Hinten die Hochspannung So das hört sich auf jeden Fall so an Als wären hier noch Zombies Dagegen Hä? Das ist nicht der Fall Aber ich habe kaum was gefunden Wahrscheinlich haben die anderen alle Waren schneller Achso ok Sturmschrotflinte ist natürlich Echt gegen Zombieschwärme noch Geiler Ich habe nichts mehr gefunden Hier Hat jemand aufgesprengt So wo ist der Zombieschwärme Der erste Da vorne Ich habe eine von der Läden Ich habe die Läden Ich habe die Läden immer auf mich desinfizieren es wird dunkel um mich hier sind die nächsten wohl war es das schon da oh Gott kommt davon wenn man nicht darauf hört dass die alle ist jetzt kommen die von dahinten unfassbar wie oft ich hier beschmiert werde nuckel ist neu ach schon wieder runtergefallen so wo kommen sie jetzt dahinten hat sich noch eine tue geöffnet schon wieder ich muss mich jetzt mal wieder heilen oh ja es scheint so als hätten wir vor freude eine handgranate werfen ich glaube wir sind durch yes sir erledigt so das war tatsächlich die letzte das letzte kapitel von world war z das hat auch noch mal sehr gut geklaut ich bin froh dass die anderen jungs mädels dabei waren und ja ja wenn euch das spiel auch spaß gemacht hat dann ich kann das also nur empfehlen ihr habt bestimmt auch gemerkt wie viel spaß ich da beim spielen hatte und wir haben jetzt die zombies erlegt gemeinsam und ja im multiplayer macht das einfach auch mehr spaß als das alleine zu spielen um die ganzen vor stecke zu finden ist das natürlich echt cool alleine zu spielen auf noch niedrigen stufe und da mache ich euch auch noch mal ein video zu wo die ganzen virus proben sind und wo die ganzen sprengsätze sind darauf könnt ihr euch schon mal freuen ich freue mich auf jeden fall das herauszufinden und zusammen zu schneiden diesmal und dann sehen wir uns beim nächsten mal hier seht ihr noch was ich erreicht habe so circa 500 kills eine maschinenpistole verbessert das kann ich euch noch mal kurz zeigen zwei virus proben hatten wir glaube ich dann macht ihr rechts auf waffen anpassen so die mp zack und dann kaufen wir uns hier eine bessere die nächste sieht dann so aus ok das war es erstmal und ich sehe euch dann im nächsten video und ich sehe euch dann und ich sehe euch dann